Hallo und herzlich willkommen zu unserem Praxis-Webinar zur HR Suite. Heute mit dem Thema Mitarbeiter finden. Wie Sie sehen, wir senden immer noch aus dem Homeoffice. Das heißt, falls im Lauf des Webinars irgendwelche unerwarteten Nebengeräusche auftreten, was weiß ich, klingelnde Postboten, Telefone, die klingeln, Haustiere, die durchs Bild laufen oder gegebenenfalls auch Personen, die im Hintergrund vorbeigehen, bitte ich das im Vorhinein schon mal zu entschuldigen. Mein Name ist Christian Schmidt. Ich bin Marketingmanager bei Sage und werde hier heute zusammen mit meinem Kollegen Andreas Ackermann durchs Webinar führen. Bevor wir jetzt direkt loslegen, noch kurz ein paar organisatorische Hinweise. Sie sind während des kompletten Webinars auch stumm geschaltet. Falls Sie irgendwelche Fragen haben, benutzen Sie bitte einfach die Fragenbox in Ihrer GoToWebinar-Anwendung. Ich werde dann versuchen, dass wir die Fragen direkt einbauen und auch gleich beantworten. Ansonsten haben Sie auch im Nachgang bzw. am Ende der Präsentation noch mal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie sehen es hier auf der ersten Folie auch direkt drauf, wie Sie auf diese Fragenbox kommen. Klicken Sie einfach auf den orangenen Pfeil, dann klappt das Menü aus und dann sehen Sie den Bereich Fragen. Da tippen Sie das ein, dann kommen die direkt bei mir aus. Sie bekommen dann im Nachgang von mir auch noch mal eine E-Mail mit dem Foliensatz zugeschickt und in der E-Mail finden Sie dann auch noch mal einen Link zu der Webinaraufzeichnung. Das wäre es jetzt eigentlich auch schon von meiner Seite. Dann wünsche ich Ihnen jetzt noch ein spannendes Webinar und übergebe an Andreas. Danke, Christian. Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen noch mal an Sie. Christian hat es ja schon gesagt. Mein Name ist Andreas Ackermann. Ich leite bei uns bei der Sage in Deutschland das Pre-Sales-Team und möchte Ihnen heute ein bisschen was zu unserem Recruiting-Modul aus der Sage HR Suite zeigen. Wir haben auch eine PowerPoint dazu. Ich kündige es jetzt schon an. Ich werde in der PowerPoint einige Folien überspringen. Sie bekommen die PowerPoint dann im Nachgang zugeliefert. Mir ist es heute wichtiger, Ihnen dann auch das ganze System live zu zeigen. Nichtsdestotrotz würde ich mit der PowerPoint jetzt erst einmal einsteigen. Und da geht es natürlich heute vor allem auch erstmal darum, warum macht man denn Recruiting? Was sind denn so die Herausforderungen fürs Recruiting? Sie sehen es hier, fürs Recruiting gibt es so ein paar, wie wir es nennen, Eckpfeiler, die relativ wichtig sind. Und da kürzt natürlich mit dazu, dass Sie sich heute gegenüber Ihren Kandidaten, also den potenziellen Bewerbern, dann auch möglichst als attraktiver Arbeitgeber bewerben oder vorstellen. Heutzutage ist es ja tatsächlich so, dass man sagen muss, durch die sozialen Medien und die Reichweite und auch die Art und Weise, wie sich das Arbeiten in den heutigen Unternehmen geändert hat, ist es nicht mehr so, dass ein Bewerber an 50 Firmen schreibt, sondern die Bewerber suchen sich heutzutage schon sehr gezielt ihr Unternehmen aus, wo sie sich dann auch hinbewerben und schauen dann auch, vergleichen dann auch wirklich, wer ist denn eigentlich der Arbeitgeber, zu dem ich denn dann auch möchte. Und deswegen ist es dann auch wichtig, dass man sich schon vom ersten Schritt an, in diesem ganzen Recruiting-Prozess, also schon bevor der Bewerber sich bei Ihnen gemeldet hat, da auch möglichst positiv und als attraktiver Arbeitgeber bewirbt. Dazu gehört natürlich auch die richtige Ansprache. Dazu gehört natürlich auch, dass man die Hürden, die man einem Bewerber setzt, um sich bei uns im Unternehmen zu bewerben, dann auch möglichst gering setzt, damit man die Bewerberprozesse einfach, schnell und transparent für den Bewerber macht. Dass man kurze Wege hat, das heißt, die Prozesse müssen schnell sein und schlank sein, damit der Bewerber auch wirklich zeitnah seine Rückmeldungen dann auch von Ihnen erhält. Und das Ganze bedeutet, dass man dazu natürlich heutzutage dann auch ein möglichst umfassendes Recruiting-System braucht, das einen bei diesen ganzen Prozessen und bei diesen ganzen Dingen, die man hier zu beachten hat, auch tatkräftig mit unterstützt. Trends im Recruiting. Da ist natürlich Social Media, ich habe es gerade schon angesprochen, Social Media ist heute eines der wichtigsten Themen, was das Ganze angeht, um sich, bevor man einen Bewerber in den Recruiting-Prozess holt, schon möglichst gut darstellt. Da gehören die klassischen Plattformen wie Xing und LinkedIn mit drin. Facebook hat mit Sicherheit auch eine gewisse Bedeutung. Es gibt aber auch noch andere Dinge, wo man sich da eben als Arbeitgeber darstellt. YouTube wird heutzutage sehr stark auch genutzt, um sich als Unternehmen zu präsentieren. Dann gibt es solche Empfehlungsplattformen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo Bewerber oder auch Mitarbeiter das Unternehmen weiterempfehlen und so auch Bewerber vielleicht direkt an die Unternehmen weitervermitteln. Und das Ganze läuft immer wieder dann darauf hinaus, dass man hier irgendwie automatisierte Prozesse braucht. Also man muss irgendwie in der Lage sein, all diese Dinge, die man da tut, die ganzen verschiedenen Punkte, die man da draußen hat, dann irgendwo an einer gewissen Stelle dann auch wieder zusammenlaufen lässt, damit man dann auch den Bewerber dann wieder abholen kann und das Ganze dann aber auch messen und tracken kann. Was sind denn so die Herausforderungen und gleichzeitig auch die Chancen? Die Herausforderung ist natürlich, dass Sie mehr Reichweite haben wollen, dass Sie einen gewissen Marketingansatz fahren und das Ganze mit digitalen Prozessen dann auch unterstützen. Was bedeutet das denn? Mehr Reichweite bedeutet? Früher hat es genügt, wenn ich in irgendeiner Plattform die Stelle ausgeschrieben habe oder ich sage jetzt auch mal die Tageszeitung war das so ein Medium, mit dem man da durchaus arbeiten konnte. Heute ist alles viel mehr vernetzt. Ich habe es mit den sozialen Medien schon angesprochen. Das heißt, Reichweite ist einfach wirklich etwas Wichtiges und das kann man eben auch durch diese aktive Nutzung von solchen digitalen Medien in verschiedenen Dingen dann auch erreichen. Und Recruiting bedeutet heute, dass der Recruiter teilweise im Vorfeld schon arbeiten muss wie ein Marketingmanager. Ich muss mein Unternehmen tatsächlich bewerben. Ich muss dafür sorgen, dass ich bekannt werde, dass ich einen Namen draußen habe, dass ich mit positiven Aspekten bei den Bewerbern aufrunden werde. Und das bedeutet, ich habe wirklich in der Zwischenzeit nicht mehr ein reines Abwickeln von Recruiting-Prozessen, ein Durchlaufen von verschiedenen Schritten, bis der Bewerber eine Zu- oder eine Absage bekommt oder dann auch in den Talentpool mit übernommen wird, sondern ich vermarkte wirklich mein Unternehmen an die Bewerber, weil ich möchte ja heute möglichst die hochqualifizierten und geeignetsten Kandidaten für mich haben. Und das Ganze macht man eben, indem man das durch digitale Prozesse unterstützt. Und diese digitalen Prozesse, die münden dann irgendwann dann auch in einem System wie in unserem HR-Recruiting-System. Hier ist nochmal ein bisschen aufgelistet, was so diese Herausforderungen dann auch sein können. Man muss ein bisschen strategischer denken, als man es vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat. Hier steht es auch nochmal, was ich gerade eben schon gesagt habe, dass man vielleicht auch so ein bisschen ein Mindset wie so ein Marketingmanager dann entwickeln muss. Wie bewerbe ich denn mein Unternehmen? Welche Personengruppen, welche Bewerber spreche ich mit welcher Plattform und mit welcher Sprache und mit welcher Botschaft dann auch richtig an? Was sind die Zielgruppen? Wo finde ich denn eigentlich meine hochqualifizierten Bewerber und wo kann ich die denn dann auch erreichen? Und am Ende möchte ich natürlich dann, wenn ich sowas gemacht habe, das Ganze auch messen können. Dazu brauche ich dann auch wieder elektronische Systeme, die mir dann auch Auswertungen zur Verfügung stellen, in denen ich feststellen kann, wo habe ich denn die meisten Bewerber herbekommen? Von diesen Bewerbern, wie viele waren denn da eigentlich die qualifiziertesten Bewerber? Wie viele haben sich denn dann für mein Unternehmen entschieden? Das heißt also, am Ende des Tages, sage ich in ganz vielen meiner Präsentationen, jeder, der Software einsetzt, in irgendeiner Form, der möchte am Ende natürlich die ganzen Daten, die wir da gesammelt haben oder die wir da auch verteilt haben, irgendwo auswerten können. Recruiting-Prozesse mit einer neuen Denkweise betrachten, haben wir jetzt gerade schon mal angesprochen. Deswegen würde ich jetzt auch an dieser Stelle dann jetzt die Präsentation dann auch abbrechen und dann in das System wechseln. Das kann jetzt sein, dass es bei Ihnen kurz ein bisschen wackelt und flimmert, wenn ich aus der Präsentation rausspringe. Und ich hoffe, Christian, du kannst mir dann ein Zeichen geben, wenn wir mein Recruiting-Portal dann oder jetzt mein Self-Service-Portal auch sehen. Genau, sieht gut aus. Können wir sehen, genau. Wunderbar. Was Sie jetzt hier sehen, das ist das sogenannte Self-Service-Portal unserer HR-Suite. Die HR-Suite ist ein voll integriertes Personal-Management-System. Ich will da heute nicht mehr groß näher drauf eingehen, weil das ist wirklich ein vollumfassendes System. Dieses System ist aber modular aufgebaut. Das heißt, man kann einzelne Teile dieses Systems dann auch individuell nutzen. Man muss also nicht diese Software im Vollumfang nutzen. Ich gehe heute wirklich nur auf den Bereich Bewerber ein. Lassen Sie sich nicht irritieren. Das hier oben ist natürlich das System im Vollumfang. In meiner Demo-Umgebung ist natürlich alles mit freigeschaltet, damit ich es bei Produktpräsentationen, so wie wir es heute machen, dann auch zeigen kann. Für uns heute ist der wichtige Bereich dieser hier, der Bereich Bewerber. Wenn jetzt steht Daten wird geladen, bin ich mir sicher, dass ich ein Timeout habe und zu lange nicht mehr in Besitzung war. Ich muss mich nochmal neu einloggen. Einen Augenblick, aber damit sehen Sie auch, dass es wirklich live ist. So, logge ich mich nochmal neu ein. Jetzt gehen wir nochmal auf den Bereich Bewerber. Diesen Teil im Self-Service-Portal, den Sie jetzt sehen, den nennen wir das sogenannte Recruiting Cockpit. Das ist meiner Meinung nach so die Schalt- und Waldzentrale für den Recruiter. Wir haben im Vorfeld, da gehen wir nachher nochmal ein bisschen näher drauf ein, bestimmte Dinge eingerichtet. Wir haben Stellenausschreibungen ins Internet gepostet, auf unsere Intranet-Seite gepostet. Wir haben es ja auf, keine Ahnung, Portalen wie Monster oder etwas dementsprechend ausgeschrieben. Eventuell haben wir auch tatsächlich Stellenausschreibungen in die Tageszeitung gebracht. Das alles haben wir mit unserem System bewerkstelligt. Wir haben die ganzen Stellenbeschreibungen rausgegeben, haben die verschiedenen Stellen adressiert. Und jetzt sind wir im Recruiting Cockpit. Ich bin eingeloggt als die Frau Marie Schneider. Das können Sie hier oben an diesem Namen sehen. Und in meinem Demo-Unternehmen ist die Frau Marie Schneider die Verantwortliche für das ganze Thema Recruiting. Und damit Sie all diese verschiedenen Quellen, aus denen Informationen jetzt in so ein System reinlaufen können, dann auch übersichtlich und strukturiert anschauen kann, haben wir eben das Recruiting Cockpit. Hier laufen jetzt alle Bewerbungen, alle Stellenausschreibungen, alle Prozesse, die ich in meinem Recruiting in meinem Unternehmen habe, zentral zusammen. Und die Frau Marie Schneider hat jetzt hier eben eine Ansicht, mit der sie sozusagen alles sehen kann und jeden einzelnen Prozess anschauen kann. Sie hat hier auf der rechten Seite gleich mal so einen Kalender mit verschiedenen Aufgaben, wo sie sieht, dass sie Termine und bestimmte Aufgaben hat, die noch abgearbeitet werden müssen. Diese Aufgaben resultieren aus den einzelnen Recruiting-Prozessen, die wir im System mit hinterlegt haben. Auch da werde ich Ihnen nachher noch zeigen, wie sowas dann eventuell aussehen kann. Und wir haben natürlich so kleinere erste Schnellauswertungen. Sie sehen hier zum Beispiel Bewerbungen pro Ausschreibung und Statusgruppe. Wenn Sie das hier oben sehen, da steht jetzt hier dran, Assistenz der Geschäftsführung. Das ist eine Stelle, die ich in meinem Unternehmen ausgeschrieben habe. Hier stehen dann in verschiedenen Farbcodes, dass ich eine Bewerbung im Eingang habe, dass ich eine Bewerbung habe, die bereits in einem Auswahlprozess ist. Und ich habe eine weitere Bewerbung, die in einem Entscheidungsprozess ist. Wenn ich hier auf diese einzelnen Zahlen klicken würde, dann würde ich auch immer direkt zu der richtigen Bewerbung an die richtige Stelle im Prozess springen und könnte hier sofort schauen, was ist hier zu tun? Was ist hier der nächste Schritt? Um welchen Bewerber handelt es sich? Gibt es hier Aufgaben, die ich noch erledigen muss? Andreas, hier kam jetzt auch schon die erste Frage in Verbindung zu den Aufgaben. Und zwar gibt es auch die Möglichkeit, Vertreter für diejenigen anzulegen, zum Beispiel, wenn jetzt jemand im Urlaub ist oder krank ist. Ja, natürlich. So etwas gibt es. Wir haben hier, wenn Sie sehen, hier unten, da steht es schon sehr schön, das hilft mir jetzt gleich, die Frage zu beantworten, meine aktiven Ausschreibungen. Also das Erste, was wir im System machen, ist, wir können natürlich definieren, dass nicht jeder für alles zuständig ist. Das heißt, ich sehe sowieso hier erst mal nur meine aktiven Ausschreibungen, also für die, die ich als Rekruter jetzt zuständig bin. Und wir haben die Möglichkeit, natürlich Vertreterregeln einzurichten. Es gibt dann unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann sozusagen einen parallelen Zugriff genehmigen. Das heißt, dass man immer sagt, es werden immer zeitgleich zwei Personen informiert. Das heißt, im Falle einer Krankheit oder eines Urlaubs hat die andere Person weiterhin Zugriff auf diese Daten. Wir können aber auch im System wirklich richtige Vertreterregeln einrichten. Das heißt, während eines Urlaubs kann ich sagen, alles, was eigentlich für mich gedacht ist, geht jetzt an Kollege XY. Und in meiner Abwesenheit kann der diese Prozesse weiter bearbeiten. Der sieht dann die Prozesse genauso, wie ich sie hier auch sehe, an den Stellen, wo ich gearbeitet habe. Wir haben auch Protokolle. Das werde ich Ihnen dann auch noch an einer gewissen Stelle zeigen, wo wir wirklich sehen, wo jeder einzelne Schritt dokumentiert ist. Das heißt also, wenn mein Stellvertreter jetzt unverhofft die Stellvertretung übernehmen muss, was ja zum Beispiel in einem Krankheitsfall dann eher der Fall wäre, dann sieht er auch ganz genau, was habe ich alles gemacht? Was wurde mit dem Bewerber besprochen? Welche Prozessschritte hat er und kann dann wirklich nahtlos an dieser Stelle dann auch für mich übernehmen? Ich hoffe, damit ist die Frage dann beantwortet. Nochmal kurz zurück zum Recruiting-Portal oder Recruiting-Cockpit. Sie sehen hier noch eine Ansicht, neue Bewerbungen. Das heißt, es sind Bewerbungen, die sind neu eingegangen. Hier an diesen Bewerbungen ist sozusagen noch nichts passiert. Daran erkenne ich also sofort, hier sind neue Bewerbungen eingegangen und ich kann mich direkt um diese kümmern. Und wie ich es jetzt gerade schon erwähnt habe, hier unten nochmal eine Gesamtansicht, meine aktuellen, meine aktiven Ausschreibungen. Und dann habe ich hier noch eine kleine Übersicht. Hier nehmen wir zum Beispiel den Blogger Online-Redakteur. Hier habe ich zwei neue Bewerbungen, oder besser gesagt zwei Bewerbungen insgesamt. Ich habe hier zwei Aufgaben. Sie sehen auch schon hier dran. Zwei Aufgaben, die auch meine eigenen Aufgaben sind. Denn das ist ein prozessunterstütztes System. Das bedeutet, es könnten natürlich hier Aufgaben offen sein, die jetzt nicht bei mir liegen. Könnte zum Beispiel die Beurteilung durch die Führungskraft auch sein, die dann schauen muss, ist dieser Bewerber qualifiziert? Möchte ich diesen Bewerber zum Beispiel in den nächsten Schritt einholen? Also zum Telefoninterview einladen oder zum ersten Vorstellungsgespräch einladen? Da ich der verantwortliche Recruiter bin, sehe ich aber immer alle Aufgaben und sehe diese Aufgaben immer getrennt von, es sind meine eigenen Aufgaben oder es sind Aufgaben, die jemand anderes in meinem Unternehmen erfüllen muss. Und dass ich hier nochmal nachschauen kann, wo ist denn da der Status? Sie sehen, hier oben gibt es da noch so ein paar Leisten. Da gibt es die Bewerber. Hier sehe ich natürlich alle meine Bewerber. Wenn ich da mal draufklicke, dann lädt die Seite. Jetzt sehe ich alle Bewerber, die es in meinem Bereich, für die ich zuständig bin, hier gibt. Einmal die Ansicht in Kachelform. Das kann man auch in der Listenansicht wechseln, wenn man das lieber möchte. Ich prinzipiell arbeite lieber mit der Kachelform, aber das ist, glaube ich, Geschmackssache. Wir haben auch die Möglichkeit zu sagen, welche Informationen wollen wir denn hier einblenden? Ich habe das Alter momentan ausgeblendet. Ich könnte jetzt hier sagen, ich möchte das Alter einfügen. Und Sie sehen, dann ist hier jetzt auch bei all meinen Bewerbern, jetzt habe ich es gleich wieder weggeklickt. Jetzt taucht es gleich nochmal auf. Und Sie sehen, jetzt habe ich hier bei meinen Bewerbern überall auch das Alter mit eingefügt. Sie sehen auch ein Foto. Dieses Foto stammt im Normalfall dann schon direkt aus dem Lebenslauf. So wurde er also aus dem Lebenslauf direkt übernommen. Kontaktdaten, all die möglichen Dinge, die man eben so in einer Erstansicht für einen Bewerber haben sollte. Sie sehen, auch hier unten gab es schon Beurteilungen für diese Bewerber. Das ist die sogenannte Erstbeurteilung. Da machen wir das hier mit diesen drei Daumen. Gibt es natürlich auch weitere Möglichkeiten mit sehr komplexen Beurteilungsbögen, wenn ich das auch möchte, Fragebögen. Wir können auch Bögen hinterlegen, die man dann einer Führungskraft mitgibt während des Bewerbungsgesprächs, wo dann die Führungskraft bestimmte Fragen dann auch noch mal beurteilen kann. Die kann man im Vorfeld vor dem Beurteilungsgespräch mitgeben. Die kann man aber auch im Nachgang im Prozess gesteuert dann an die Führungskraft schicken und sagen, du hast jetzt gerade ein Vorstellungsgespräch gehabt oder ein Telefoninterview gehabt. Wie würdest du denn jetzt im Nachgang diesen Bewerber beurteilen? Ich habe hier auch schon direkt noch mal eine Frage und zwar zum Thema, wie kommen die denn in diese Lösung rein? Konkret bei der Frage geht es jetzt darum, Sie bekommen noch hier wohl viele Bewerbungen per Post und wie kommen diese in das System? Ich denke mal, das ist aber auch eine allgemein interessante Frage. Also wie kommen denn jetzt diese Bewerbungen da rein? Okay, also generell ist es natürlich so, dass die Bewerbungen mehr oder weniger automatisiert in das System reinkommen. Diese Einschränkung weniger. Warum sage ich das? Wenn wir eine Bewerbung über unsere Webseite oder über unser Intranet oder über Monsters, Stepstone und Stellenausschreibungen und wie das alles eben heißt, reinbekommen, dann ist es wirklich ein vollautomatisierter Prozess. Das kann entweder per E-Mail erfolgen. Ich hinterlege eine E-Mail-Adresse. Wenn der Bewerber dann seine E-Mail abschickt, wo er dann die Daten mit angefügt hat, seinen Lebenslauf, seine Zeugnisse, erkennt das System anhand von E-Mail-Adresse und die Stelle, auf die er sich bewirbt, welcher Stellenausschreibung das zuzuordnen ist und legt mir dort einen neuen Bewerber an. Das wäre so der eine Schritt. Über die Internetseite Monster Stepstone funktioniert das natürlich genauso. Da kann ich auch sagen, ich mache das über einen Direktlink. Da kann ich dann auch sagen, ich hinterlege ein Bewerberformular. Das heißt also, wenn der Bewerber dann da draufklickt und sagt, jetzt bewerben, dann geht ein Formular auf. In diesem Formular gibt er Name, Kurzdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer an und dort kann er dann auch seine Dateien mit anfügen. Foto, Lebenslauf, Zeugnisse und dergleichen. Auch das wird natürlich vollautomatisch der richtigen Stellenausschreibung zugeordnet. Jetzt kennen wir das natürlich auch aus verschiedenen anderen Bereichen. Wir haben sehr viele Kunden aus dem Baugewerbe oder auch in sozialen Berufen. Dort wissen wir, dass Bewerbungen tatsächlich oft noch entweder per Post reingeschickt werden. Aus dem Baugewerbe kennen wir es tatsächlich sogar, dass die Personen einfach wirklich vor Ort vorbeikommen und dort beim Baustellenleiter oder so direkt einfach Bewerbungsunterlagen abgeben. Jetzt habe ich die in Papierform vorliegen. Jetzt möchte ich die natürlich auch im System haben. Das ist auch kein Problem. Wir haben die Möglichkeit, das Ganze über einen Scanner einzuscannen. Die Dokumente sozusagen zu digitalisieren. Geht auch mit Texterkennung. Das heißt also, wenn das ein Maschinenschriftstück ist, dann kann der Scanner auch sogar den Text auslesen. Dann können wir also auch ganze Passagen aus diesem Text auslesen, Inhalte aus dem Lebenslauf automatisch. Ich nenne das mal diesen Bewerberbogen, dann auch mit übernehmen. Und last but not least, kann ich hier oben mit diesem kleinen Plusstiftchen auch sagen, ich lege einfach direkt einen neuen Bewerber an. Wenn ich diesen Bewerber angelegt habe, ein paar Grunddaten angegeben habe, dann kann ich wiederum bestimmte Dokumente, die ich zum Beispiel per E-Mail erhalten habe, die aber noch nicht zugeordnet wurden, weil der sich mit einer Initiativbewerbung auf keine Stelle direkt beworben hat. Oder Dokumente, die ich wie gerade eben erklärt, eingescannt habe, kann ich die einfach per Track & Drop diesem Bewerber dann auch dementsprechend mit hinzufügen. Und dann habe ich diesen Bewerber auch wieder im System mit drin. Und jetzt kann ich wieder alle Prozesse automatisiert ablaufen lassen und kann wieder dann auch auf diese ganzen Daten zugreifen, Bewerber gegeneinander vergleichen, Einladungen zum ersten Telefoninterview, zum ersten Vorstellungsgespräch oder einen Telefontermin für die Recruiting-Dame ansetzen. Also das heißt, egal wo das Ganze herkommt, ob in Papierform oder über elektronischen Wege, es ist relativ einfach, das alles hier reinzuführen. Alles, was elektronisch stattfindet, geht sowieso vollautomatisiert. Und überall da, wo ich noch ein Papierstück irgendwo dazwischen habe, da muss ich dann halt eben einen Scanner nutzen oder eben auch aus einer E-Mail diese Dokumente nehmen und anfügen und dann habe ich alles hier wieder zentral in einem System abgelegt. Wir waren hier im Bereich der Bewerber. Ich wollte hier eigentlich noch nur noch zeigen, Sie sehen, ich kann das Ganze natürlich hier dann auch filtern und sortieren nach den verschiedenen Stellenausschreibungen. Wenn ich jetzt also sage, hier Blocker Online Redakteur, sage ich Filter anwenden. Jetzt habe ich nur noch die beiden Bewerber, die sich hier als die Stelle Blocker Online Redakteur beworben haben. Das Ganze kann ich auch nach verschiedenen Status auswerten, also sagen, wer ist im Bewerbungseingang, wer ist in der Sichtung der Fachabteilung, Vorstellungsgespräch. Diese Liste, der Status, ändert sich natürlich, je nachdem, welche verschiedenen Bewerberprozesse ich auch momentan laufen habe. Wenn also niemand bei der Sichtung Fachabteilung ist, dann fällt dieser Punkt weg. Wenn hier einer im zweiten Vorstellungsgespräch ist oder in Einladung zum Telefoninterview, dann kommt hier ein neuer Menüpunkt mit hinzu. Das macht das System automatisch. Dann schauen wir uns einfach mal so einen Bewerber an, wie sowas denn dann auch aussehen könnte. Ich nehme den Herrn Mark Blocker, der muss bei mir in meinen Demos immer herhalten. Entschuldigung. Hier habe ich jetzt die Ansicht zu diesem einzelnen Bewerber. Hier sehe ich alle Informationen, die ich zu diesem Bewerber gesammelt habe. Auch Informationen, wäre der Herr Mark Blocker jetzt jemand gewesen, der mir sowas in Papierform mitgegeben hat, wie wir es jetzt gerade in der Frage hatten. Auch diese Dokumente wären dann im Zweifelsfall hier anzusehen, wenn ich sie denn dann schon eingescappt hätte. Auf der linken Seite habe ich verschiedene Daten, die ich zu dieser Person eben habe. Wenn ich sowas weiß, Kündigungsfristen, sein letztes Gehalt, sein Wunschgehalt, all solche Dinge. Ich sehe auch schon, wie wurde er beurteilt. Sie sehen, hier gibt es wieder meine drei Daumen. Das kann man dann in den Prozess mit einbinden. Das ist ein Kann, kein Muss. Also wenn Sie so etwas nutzen wollen, kann man sagen, hier der Recruiter macht zum Beispiel erstmal den grünen Daumen. Das bedeutet, aus der Sicht des Recruiters ist es ein geeigneter Kandidat. Grüner Daumen bedeutet dann in meinem Beispielprozess, den ich hier jetzt für mich aufgesetzt habe, dass der Bewerber jetzt an die Fachabteilung übergeben wird. Und die Fachabteilung kann dann ebenfalls wieder sagen, einen dieser drei Daumen, in meinem Fall hat die auch nochmal den grünen Daumen gegeben, was dann wieder die Rückantwort ist, ja, der ist für mich interessant, den würde ich gerne zum Telefoninterview einladen. Ich kann weitere Informationen hier hinterlegen. Diese Informationen stammen jetzt entweder aus einem Bewerberformular, das der auf meiner Homepage oder bei Monsterarm ausgefüllt hat, wo er solche Informationen mit hinterlegt hat. Diese Informationen können aber auch aus einem Lebenslauf stammen. Wir haben die Möglichkeit, Lebensläufe elektronisch auszulesen. Das heißt, das System ist in der Lage, Informationen in solch einem elektronischen Dokument, PDF oder TXT-Datei oder Word, was es da auch alles gibt, automatisch auszulesen und erkennt dann so was wie Sprache, Personendaten, Name, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse und so was und fügt diese Felder auch automatisch mit hinzu. Sie sehen, die Liste geht hier oben weiter, Bildungsgang, Qualifikationen, Sprachkenntnisse, Werdegang, weitere Bewerbungen. Das bedeutet, in manchen Unternehmen gibt es ja auch den Fall, dass der Bewerber sich schon einmal bei uns beworben hat oder parallel auf mehrere Stellen beworben hat. Damit ich sowas finden kann, habe ich auch diesen Punkt hier mit drin. Das heißt, dann kann ich schauen, gibt es denn da schon parallele Bewerbungsläufe oder hatte der sich schon mal bei uns beworben? Und am Ende das Thema Bewertung, ich habe es ja angekündigt oder schon genannt, wir können Beurteilungsbögen hinterlegen und in diesen Beurteilungsbögen können wir dann natürlich auch Bewerber bewerten. Und wenn es solche Bewertungen gegeben hat, dann sind die für mich auch hier ersichtlich. Sie sehen, dieser Kandidat hatte schon mal eine Bewertung. Ich öffne einmal kurz diesen Bewertungsbogen. Der öffnet sich dann als PDF. Jetzt müsste dann gleich mein Acrobat, da ist er schon, aufgehen. Und dann sehen Sie, wann dieser Bewerber von wem beurteilt wurde. Dieser Bogen steht nur exemplarisch. Das ist also eine Möglichkeit, wie so ein Bogen aussieht. Den können Sie wirklich komplett individuell gestalten. Also das heißt, es ist auch ganz wichtig, wir geben Ihnen nicht vor, wie sowas aussehen muss. Wir liefern Ihnen für alles Templates mit. Wir liefern Ihnen auch Standardbögen, Standardbeurteilungsbögen, Standardprozesse mit aus. Aber natürlich ist das Ganze dann auch individualisierbar. Und dann sehe ich eben hier, wie wurde dieser Bewerber denn von, ich glaube, das war die Frau Marie Schneider, genau, das war die Frau Marie Schneider, die den beurteilt hat. Wie wurde der denn an diesem Bewertungsgespräch, an diesem Beurteilungsgespräch am 10.12.2013 um 10.55 Uhr von dieser Dame bewertet? Ich habe es angekündigt vor, wir haben dann auch hier noch ein sogenanntes Bewerberstammblatt. In diesem Bewerberstammblatt habe ich all diese Daten nochmal zusammengefasst. Das ist das Ganze, ich sage immer, das ist die Ansicht für Führungskräfte. Also wenn ich Beurteilungsgespräche, oder Bewerbergespräche habe bei mir in meiner Abteilung, dann nutze ich das eigentlich immer sehr gerne. Wir nutzen das System übrigens auch bei uns im Hause Sage als unser Recruiting-Tool. Und da habe ich dann alle Informationen nochmal zusammen. Das ist für mich eigentlich immer eine schöne Ansicht, weil da alles sehr übersichtlich standardisiert, in einem Bogen zusammengefasst ist. Und dann habe ich immer gleich mal so eine Gesamtübersicht, auch wenn ich verschiedene Bewerber vielleicht gegeneinander vergleichen will. Und was ich auch schon genannt habe, ist diese sogenannte Bewerberhistorie. Das war vorher bei der Frage mit den Stellvertretungen. Da kann dann auch wirklich mein Vertreter hier nachschauen, wann wurde denn hier was gemacht. Und Sie sehen, selbst wenn hier E-Mail-Kommunikationen an den Bewerber rausgegangen sind, dann habe ich diese E-Mail-Kommunikationen hier im System dann auch mit abgebildet. Und ich sehe immer, wer hat wann, welchen Prozess, was denn gemacht. Hier wurde zum Beispiel dann eine Termineinladung verschickt und eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Diese E-Mails gehen aus dem System heraus. Das heißt also, auch da arbeiten wir natürlich mit Templates. Sie müssen jetzt nicht alles manuell machen. Es wird einmal für Sie angelegt. Und in dieser Bewerberhistorie kann ich mir das dann alles dementsprechend dann auch anschauen. Auch die Dokumente. E-Mails kam jetzt die Nachfrage. Und zwar, es gibt ja auch immer wieder die Möglichkeit, automatisierte E-Mails zu verschicken. Gibt es das, dass die dann so beim Bewerber ankommen, dass der die nicht als wirklich System-E-Mails erkennt? Ja, ja, natürlich. Das ist auch ganz wichtig heutzutage. Also Sie kennen das ja. Das hat ja wieder was, was ich vorher gesagt habe, auch mit dieser Art und Weise, wie präsentiere ich mich gegenüber diesem Bewerber? Wie repräsentiere ich mein Unternehmen? Natürlich, sage ich jetzt mal, ist der Klassiker, in dem Augenblick, wo der auf Bewerbung abschicken klickt, da kommt eine E-Mail raus, die sagt, vielen Dank für den Eingang Ihrer Bewerbung. Das ist eine System-E-Mail. Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Wir werden uns dann in ein bis zwei Tagen bei Ihnen melden. Aber die nächste E-Mail, die da hinten rausgeht, und ich kann das wirklich automatisieren, dass ich also sage, ich muss das gar nicht mehr anstoßen, die sieht wirklich aus wie eine E-Mail, die von Ihnen kommt. Also in meinem Fall könnte das dann sein, dass da zum Beispiel dran steht. Ich glaube, wir können das in der Bewerberhistorie sogar sehen. Also mal schauen. Ihre Bewerbung. Genau, dann sehen Sie hier Ansprechpartner, Ihre Bewerbung. Sehr geehrter Herr Blocker, wir bedanken uns noch mal für die Unterlagen. Freundlichen Grüßen, Frau Marie Schneider. Die ist wirklich individuell konfigurierbar. Diese E-Mail geht auch von einer von Ihnen genannten E-Mail-Adresse dann auch aus, marieschneider.dienstleistungsunternehmen.de. Das ist jetzt bei mir die Adresse. Und ich kann zu verschiedenen Zeitpunkten solche E-Mails rausschicken. Das kann das System immer automatisch machen. Mein Beispiel wäre jetzt, Bewerbung kommt am Samstagabend an. Dann bekommt er eben diese System-Mail. Vielen Dank für Ihre Bewerbung. Am Montag sage ich, ab 10 Uhr geht eine E-Mail raus. Das ist dann diese E-Mail hier. Danke, Herr Mark Blocker. Danke, dass Sie sich bei uns beworben haben. Mein Name ist Marie Schneider. Freut mich, dass Sie Interesse an unserem Unternehmen haben. Wird dann dementsprechend verschickt. Da steht dann vielleicht drin, dass wir uns in den nächsten zwei bis vier Tagen bei Ihnen, dem Bewerber melden. Wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund nicht geschafft habe, mich persönlich bei diesem Bewerber zu melden, kann ich in meinem Prozess definieren, wenn nicht innerhalb von vier Werktagen eine E-Mail oder eine Korrespondenz zu dem Mitarbeiter von mir aktiv aufgenommen wurde, dann schickt das System eine Erinnerung an mich, das mir sagt, Hallo, Frau Marie Schneider, Sie müssen bitte mit dem Bewerber noch mal Kontakt aufnehmen. Und zeitgleich schickt dieses System auch eine E-Mail an den Bewerber raus. Er sagt, entschuldigen Sie, Herr Mark Blocker, wir haben gerade ein hohes Bewerberaufkommen oder aufgrund von Corona dauern bei uns die Bewerbungsprozesse ein bisschen länger, weil wir jetzt alle vom Homeoffice aus arbeiten müssen. Bitte haben Sie Verständnis, dass es noch ein bisschen länger dauert. Wir wertschätzen Ihre Bewerbung natürlich. Und sollten Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, dann wenden Sie sich doch bitte direkt persönlich an mich. Name, Adresse, Telefonnummer. Also das heißt, diese E-Mails sind wirklich echte personalisierte E-Mails. Ich sehe die auch in meinem Ausgang. Also das heißt, ich kann sehen, dass die von meiner E-Mail-Adresse aus verschickt wurden und ich kann das auch so einrichten, dass wenn dann Rückläufe auf diese E-Mails kommen, dass die nicht nur im System landen, sondern dass ich die auch wirklich in meinem eigenen persönlichen Posteingang habe. Mein Anraten ist natürlich immer, machen Sie dafür ein eigenes Mailfach, wo diese Bewerbungen dann oder diese E-Mails reinlaufen und wo die rausgehen. Sonst mischt sich das mit Ihrem Tagesmailkonto und es kann dann ein bisschen unübersichtlich werden. Aber die wichtige Frage war ja, sind die individualisierbar? Ja, die sind absolut individualisierbar und die sehen wirklich aus, als wären es Mails, die von Ihnen, von einer echten Person direkt verschickt wurden. Das ist auch wichtig, damit der Bewerber das Gefühl hat, er wird wertgeschätzt und nicht hier, ich rede da jetzt mit irgendeinem dummen System, das mir da automatisiert E-Mails zuschickt. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Genau, Dokumente. Ich wollte Ihnen die Dokumente zeigen. Sie sehen, hier sind verschiedene Dokumente. Wenn ich da draufklicke, das Prinzip haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, dann kann ich mir auch die Dokumente, die hier mit angehängt sind, dann hier auch anzeigen lassen. Das heißt, alle Unterlagen, die der Bewerber mitgeschickt hat, sind selbstverständlich auch immer an diesen Bewerbungsprozess mit angefügt und können von mir dann auch bearbeitet werden. Auf der rechten Seite habe ich noch die Möglichkeit, weitere Aufgaben zu hinterlegen. Das heißt, ich kann hier sagen, ich möchte den Bewerber absagen oder der Bewerber hat mir abgesagt. Sind die Absage durch Bewerber? Bewerber absagen. Bewerber absagen mit Aufnahme in den Bewerberpool. Also von hier aus kann ich dann auch wieder Prozessschritte steuern, die dann wieder weitere automatisierte Prozesse auslösen. Ich gehe jetzt kurz einmal noch in den Bereich Auswertungen. Dann schauen wir uns noch ein paar Auswertungen an. Dann würde ich Ihnen gerne noch einmal das Prozess-Tool dann vielleicht auch dazu zeigen. Und dann glaube ich, sind wir auch von der Zeit her schon an einem Punkt, wo ich sage, ich möchte es jetzt heute nicht überfrachten mit Informationen, dass wir noch ein bisschen Zeit dann auch vielleicht für weitere Fragen dann auch haben. Ich habe jetzt im Bereich Auswertungen auf Bewerber geklickt. Jetzt muss ich natürlich hier noch einen validen Zeitraum anfügen. In meinem System ist alles ein bisschen älter. Haben Sie dafür Verständnis? Das ist sozusagen das Demosystem. Deswegen springe ich da jetzt mal relativ weit zurück in den Januar 2010 und sage, alle Bewertungen seit dem 1.1.2010. Dann sehen Sie auch hier drüben so eine kleine Ansicht. Da sehe ich dann auf die einzelnen Stellen, wie viel Prozent meiner Bewerbungen sind auf diese einzelnen Stellen eingegangen. Hier drüben sehe ich das auch noch mal. Wenn ich dann so etwas dann auch anklicke, dann nehmen wir jetzt wieder den Blogger Online-Redakteur, klicke ich da noch mal drauf, dann klicke ich jetzt weitere Ansichten dazu. Entwicklung der Hitrate im Ausschreibungszeitraum. Wie sind die Bewerbungen denn reingekommen? Wo, in welchem Status sind die? Hier ist zum Beispiel eine in der Sicht und durch die Fachabteilung. Einer ist in der Einladung zum Vorstellungsgespräch. Eine dieser Bewerbungen kam per E-Mail rein und dann, sehr schön passt, zu der Frage, die wir vorhatten. Eine E-Mail kam oder eine Bewerbung kam hier eben auch per Post rein. Also das System wertet mir das auch aus. Ich kann das mit angeben, dass diese E-Mail eben per Post kam, also in Papierform und dass ich die eingescannt habe. Und so habe ich hier schon mal die ersten Schnellauswertungen, mit denen ich ganz schnell bestimmte Informationen mir abrufen kann. Es gibt etliche weitere Auswertungen nach Altersgruppen, nach Hitrate, nach Stellenausschreibungen, nach Laufzeit, nach Kosten und, und, und. Wir können hier etliche Bewerbungen, Bewerbungen, Entschuldigung, etliche Auswertungen zur Verfügung stellen. Und wir können auch weitere individuelle Reports zur Verfügung stellen. Einen anderen Bereich, den ich Ihnen da aber gerne noch zeigen will, weil ich das schon ein paar Mal angesprochen habe, ist das Thema Bewertungen. Das heißt, wenn ich einen Bewerber bewerte, dann habe ich meistens ja einen Fragebogen dazu und dann möchte ich ja im Zweifelsfall diese Fragebögen auch irgendwie auswerten. Ich nehme jetzt den Fragebogen nach dem allgemeinen Bewertungsbogen und sage Bewerbungen auswählen. Da habe ich wieder meinen Mark Blocker und ich habe auch die Maria Kolumne. Die haben sich beide auf die gleiche Stelle beworben. Das weiß ich. Dementsprechend nehme ich diese beiden. Ich möchte diese beiden gegeneinander vergleichen. Und Sie sehen, ich habe jetzt hier sofort eine Auswertung anhand des Fragebogens, den ich für diese beiden Bewerber ausgefüllt habe, gibt mir das System, wenn ich das möchte, einen Indikator. In meinem Fall ist das ein Wert von 0 bis 100, also ein Prozentwert, wo ich sagen kann, wie haben die dann abgeschnitten. Wenn ich auf diesen Balken klicke, dann kriege ich weiter eine Auswertung. Wie setzt sich das denn zusammen? Da sehen Sie, ein Teil ist die allgemeine Einschätzung und ein Teil ist die fachliche Einschätzung. In der allgemeinen Einschätzung ist der Herr Blocker ein bisschen besser davon gekommen. Er hat 38, die Dame hat nur 35 Punkte. Dafür hat sie in der fachlichen Einschätzung eine deutlich bessere Beurteilung. Und wenn ich jetzt da wieder drauf klicke, dann teilt sich das wieder weiter auf und zwar jetzt wirklich auf die einzelnen Fragen, die ich hier im System gestellt habe. Wenn Sie nur so ein bisschen dunkel sich daran erinnern, den Bogen, den ich vor gezeigt habe, da kamen solche Fragen zum Beispiel, wie bewerten Sie das Auftreten des Bewerbers zwischen sehr gehemmt und sehr selbstsicher. Und da sehen Sie dann auch, hier in der Mitte kann man es erkennen, ist nochmal eine Angabe, wo der denn dann ungefähr liegt. Das heißt, ich habe das einmal als grafische Darstellung, aber Sie sehen auch die einzelnen Punkte dahinter. Und so habe ich die Möglichkeit eben auch nochmal losgelöst von einem sehr subjektiven Gefühl vielleicht, auch nochmal nur anhand von diesen Auswertungsbögen, die ja dann vielleicht gar nicht von mir als Recruiter bearbeitet wurden, sondern von einer Führungskraft nochmal zu vergleichen, wer ist denn jetzt rein auf der Auswahlebene anhand eines Bewertungsbogens oder mehrer Bewertungsbogen eventuell der bessere Kandidat. Das soll natürlich nicht die Grundlage sein, auf der Sie allein entscheiden, ist das jetzt mein Kandidat. Aber es gibt Ihnen mit Sicherheit schon mal so einen guten Eindruck. Also was wir hier zum Beispiel gesehen haben, wenn die Dame hier in dem Bereich bei der fachlichen Eignung tendenziell immer besser ist, dann weiß ich, dass sie offensichtlich höher qualifiziert ist, einfach was jetzt die fachliche Eignung angeht. Das heißt also, soll mich einfach nur wieder bei meiner Beurteilung des Bewerbers unterstützen. Ich frage jetzt am besten gleich nochmal, bevor ich wechsle. Christian, gibt es vielleicht hier noch Fragen oder ich frage das jetzt auch in die Runde. Haben Sie vielleicht jetzt noch Fragen, bevor ich das Recruiting-Portal an dieser Stelle verlasse? Nee, ich habe jetzt keine weiteren Fragen. Wunderbar. Ich würde das Recruiting-Portal jetzt, wie gesagt, an dieser Stelle verlassen, weil ich Ihnen gerne noch ein bisschen was zu dem Thema Prozesse zeigen möchte. Und zwar habe ich hier diesen sogenannten Prozess-Designer. Ich habe jetzt sehr viel gesagt von Prozessen automatisiert. Da gehen E-Mails raus, wird übergeben an die Führungskraft, die dann wieder Beurteilungen machen soll. Wann passiert denn sowas? Wie passiert denn sowas? Da liegen automatisierte Prozesse dahinter. Und diese Prozesse liefern wir natürlich einen Standardprozess mit aus. Wir haben natürlich schon, so ich sage jetzt mal mit unserer Erfahrung, da wir das ja doch schon sehr recht lange machen, so eine grobe Idee, wie so ein guter Bewerbungsprozess denn aussehen könnte. Jetzt bin ich immer ein Fan, der sagt, one size fits all gibt es in der Realität nicht. Natürlich passt er nicht für jedes Unternehmen und er passt auch nicht auf Sie. Das heißt, viele Kunden nehmen diesen Standardprozess im ersten Schritt und dann individualisieren sie den eventuell, indem sie dann Teilschritte dadurch anpassen. Andere Kunden haben schon sehr komplexe, sehr ausgefeilte Bewerberprozesse, Recruiting-Abläufe, wissen ganz genau, wie das bei sich im Unternehmen dann auch stattfinden soll. Deswegen haben wir diesen Prozessdesigner. Den haben wir für viele weitere Bereiche, wie Sie hier sehen können. Also da gibt es alles Mögliche. Ich bin heute im Bereich Recruiting oder im Bereich Bewerber. Sie sehen dann auch hier unten, hier sehe ich alle meine Teilprozesse. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wenn ich da mit dem Mausrädchen drehe. Das wechselt einmal ein bisschen weiter. Sie sollten sehen, dass das von rechts nach links langsam rüber läuft, je weiter ich das Mausrad drehe. Und hier sind dann eben diese verschiedenen Prozesse, die ich da eben auch hinterlegen kann. Diese Prozesse steuern das System. Die sagen, was passiert, wenn eine Bewerbung reinkommt? An wen wird die denn dann im Zweifelsfall weitergeladen? Wer muss dann was machen, damit der nächste Prozesseilschritt läuft? In meinem Beispiel habe ich das vorgenannt. Sie erinnern sich vielleicht noch an die drei Daumen, grün, gelb, rot. In meinem Beispiel war das jetzt so, dass der Recruiter eine Erstbeurteilung macht, gibt den grünen Daumen nach oben. Das wiederum startet den Prozess Übergabe und Sichtung an der Fachabteilung. Das heißt, wenn ich in meinem System den grünen Daumen gebe, wird diese Bewerbung automatisch von meinem Recruiting-Cockpit an die dementsprechende Fachabteilung, also die Führungskraft. Wenn wir da bei meinem Beispiel bleiben, es hat sich jetzt jemand bei der Sage auf eine Stelle als Pre-Sales beworben. Die Recruiting-Abteilung ist der Meinung, dass er eigentlich ein gut qualifizierter Kandidat ist, jetzt nach Sichtung der ersten Wunderlagen, drückt auf den grünen Daumen. Ich als Führungskraft habe ein eigenes Recruiting-Portal. Das ist deutlich abgespeckt. Ich sehe da viel weniger, weil ich wirklich nur einzig und allein auf diesen Prozess dann zugreife, nehme ich, jetzt kommt ein Kandidat, der ist laut Recruiting-Abteilung für mich offensichtlich interessant und ich soll bitte kurz die Unterlagen sichten, soll mir die Daten anschauen und soll dann ebenfalls mit einem dieser drei Daumen sagen, ist der jemand für mich oder ist er nicht. In meinem System ist das momentan so eingerichtet. Grüner Daumen bedeutet, den möchte ich auf jeden Fall sehen. Gelber Daumen bedeutet, der ist interessant, gehört aber jetzt nicht zu der ersten Wahl. Das heißt, den stellen wir, was die Vorstellungsgespräche und Urteilungsgespräche angeht, vielleicht erstmal hinten an, machen vielleicht nur ein Telefoninterview und überlegen dann, ob wir ihn dann zum Vorstellungsgespräch holen. Und der rote Daumen bedeutet, aus meiner Sicht ist der nicht geeignet. Ich würde den gern absagen oder absagen und in den Bewerberpool mit aufnehmen. Ich habe schon mal solche Prozesse geöffnet, dass man das auch mal sieht. Sie sehen, die sind mit grafischen Darstellungen dann auch abgebildet. Da sind dann auch verschiedene Icons hinterlegt, die dann auch hier unten immer dementsprechende Informationen sagen. Sie sehen zum Beispiel hier, da ist so etwas, ob man es erkennen kann, trotz der Schrift, da ist so ein blaues I drunter und das I bedeutet, hier muss eine Entscheidung getroffen werden. Und da steht dann auch hier unten drunter wieder, was diese Entscheidung ist, ob nämlich eine Einladung gesendet wird oder nicht. Und dann, wenn das gemacht wird, dann wird die Einladung gesendet und dann sehen Sie hier wieder dran, dann gibt es verschiedene Dinge. Das heißt, da wird eingeladen, da muss ein Termin avisiert werden und da geht natürlich eine E-Mail raus. Und dann endet der Prozess und an dieser Stelle übergibt der Prozess dann an den nächsten Schritt. Da wird dann wieder eine Entscheidung getroffen. Wir haben jetzt auch hier eine Frage dazu. Ich denke mal, das ist etwas, was du vielleicht sowieso gezeigt hättest, aber trotzdem jetzt mal gestellt. Und zwar, wir haben je nach Berufsgruppe unterschiedliche Prozesse. Kann man die Bewerberprozesse an für einzelne Berufe oder Stellen individuell auch anpassen? Ja, natürlich. Das ist auch ganz wichtig. Also gut, dass Sie es fragen, hätte ich jetzt tatsächlich ein bisschen vergessen, obwohl es so wichtig ist. Ich kenne das jetzt zum Beispiel von Kunden von mir. Wir haben auf der einen Seite vielleicht die kaufmännischen Berufe. Die Herren und Damen aus der Recruiting-Abteilung, aus der Buchhaltung, die da bestimmte Stellen ausgeschrieben haben. Und auf der anderen Seite sind wir vielleicht ein produzierendes Gewerbe, haben dort unten einen Schichtbetrieb mit Mitarbeitern in der Produktion. Da habe ich vielleicht ja auch ganz andere Arten und Weisen, wie so ein Prozess ablaufen soll. Da ist auch vielleicht eine andere Affinität zu bestimmten elektronischen Medien. Die einen sind da tendenziell stärker, haben da mehr Freude dran, während die anderen jetzt wenig Lust haben, ständig in irgendwelchen digitalen Systemen zu arbeiten. Das Ganze passiert dann nochmal, wenn ich dann vielleicht auf die oberste Management-Ebene gehe, wenn ich einen neuen Geschäftsführer oder einen kaufmännischen Leiter suche. Da läuft zum Bewerbungsprozess vielleicht nochmal ganz anders ab, als er jetzt in den Produktionsbereichen dann auch abläuft. Und natürlich kann ich wirklich auch sagen, dass ich wirklich von Bewerbergruppe zu Bewerbergruppe oder von Bereich zu Bereich unterschiedlich agiere. Ich kann das Ganze aber auch wirklich von einer einzelnen Stellenausschreibung zu einer anderen Stellenausschreibung individuell ansetzen. Es gibt zum Beispiel auch Möglichkeiten, dass verschiedene Betriebsstätten unterschiedliche Abläufe haben. Das kenne ich jetzt auch von Kunden. Und durch Zukäufe ist dieses Unternehmen gewachsen, hat dann mehrere Standorte, die dann aber halt auch wieder ihre eigenen Prozesse haben. Und ich kann wirklich auf jede Berufsgruppe, auf jede Stelle, auf jede Art und Weise der Stellenausschreibung einen einzelnen individuellen Prozess dann auch hinterlegen. Und wenn wir da gerade schon dabei sind, natürlich muss ich mich nicht sklavisch an diesen Prozess halten. Der Prozess soll ja eigentlich nur helfen, dass ich nur eine Art Standardisierung habe. Die Standardisierung hilft mir, dass Prozesse sauber und ordentlich durchlaufen, dass ich alle Kriterien einhalte, dass ich alles sauber abarbeite. Aber auch da ist natürlich wieder Ausnahmen bestätigen die Regel. Bei irgendeinem Kandidaten möchte ich aus diesem Prozess ausscheren. Den möchte ich nicht erst zum Telefoninterview einladen, den möchte ich direkt zum Vorstellungsgespräch einladen, weil der einfach so ein super Kandidat ist. Und dann möchte ich einfach, dass ich da auf jeden Fall den ganz schnell im Unternehmen habe, dann kann ich natürlich auch manuell so einen Prozess überspringen. Ich als Rekruter darf das und kann den gleich an einen anderen Prozessschritt heben. Oder ich habe aus irgendeinem Grund festgestellt im Bewerbungslauf, dass der Bewerber auf dieser Stelle, auf der er sich beworben hat, nicht wirklich perfekt geeignet ist. Ich habe aber eine andere Stelle, auf die der Bewerber perfekt geeignet wäre. Ich stelle die Rückfrage an den Bewerber und sage, passen Sie auf, wir hätten da eine andere Stelle. Wäre das denn die passende Stelle für Sie? Dann nehme ich den einfach aus diesem einen Prozess raus, bewege den in den anderen Prozess, wenn er dann zugesagt hat natürlich. Und dann läuft ein anderer Beurteilungsprozess ab. Dann geht es vielleicht auch zu einer anderen Führungskraft, weil jemand anders für diese Stelle verantwortlich ist. Das ist auch die Idee dahinter. Standardisierung bedeutet, ich möchte möglichst viel mit einem Standard abgreifen. Aber natürlich bedeutet Standardisierung nicht, dass ich nichtsdestotrotz alles individualisieren kann, weil eben, wie gesagt, Sie erinnern sich an den Spruch One-Size-Fits-All passt halt eben nicht. Also ja, Sie können da wirklich auch unterschiedliche Prozesse, je nach Bewerber, Bewerbergruppe, Stellenausschreibung, Standort, Mandant, was auch immer für Sie da das Kriterium ist, dann auch dementsprechend abbilden. Ich habe hier noch einen Prozess geöffnet, damit man einfach auch mal sieht, wie sowas aussieht, wenn es dann solche Wenn-Dann- oder Wenn-Oder-Schleifen gibt, was hier dann auch passieren kann. Das ist jetzt hier die Entscheidung nach dem zweiten Vorstellungsgespräch. Sie sehen, da gibt es dann verschiedene Dinge, weil nach dem Vorstellungsgespräch, nach dem zweiten kann es natürlich sein, dass er jetzt entweder zur Einstellung geht oder in ein Absageverfahren geht. Wenn er in ein Absageverfahren geht, gäbe es aber immer noch die Möglichkeit, dass ich ihn absage und damit der Prozess beendet ist oder dass ich sage, er ist eigentlich ein guter Kandidat, das hat aber jemand anderes, der ist noch besser geeignet. Ich würde trotzdem gern diesen Bewerber in meinen Talentpool mit aufnehmen, hole mir also die Rückfrage bei dem Bewerber ab, darf ich Ihre Daten denn weiterverwenden, darf ich die aufheben, darf ich sie in unserem Talentpool mit aufnehmen und darf ich sie vielleicht bei anderen Stellenausschreibungen in dem Bereich wieder proaktiv kontaktieren. Dann kann ich so jemanden auch in den Bewerberpool damit aufnehmen. Und das sieht man einfach hier, dass solche Prozesse natürlich dann auch irgendwann eine gewisse Komplexität erhalten. Das Wichtige hierbei ist mir, wenn wir so eine Software bei Ihnen einführen, wenn Sie also so an sowas Interesse haben, Sie nutzen diese Software, dann werden zum einen mit uns zusammen natürlich solche Prozesse aufgesetzt, aber und das ist mir ganz wichtig, Sie werden geschult auf dieses Tool. Sie sind nachher in der Lage, Prozesse selber manuell anzupassen, zu verändern, neue Prozesse aufzusetzen, nicht so beständig wie der Wandel, das kennen Sie ja auch, dann ändert sich einfach mal etwas, dann stimmen meine Bewerberprozesse vielleicht nicht mehr und dann kann ich die natürlich auch selbstständig anpassen. Die Idee dahinter ist natürlich, Sie sollen nachher in der Lage sein, komplett selbstständig, ohne unsere Unterstützung in Anspruch nehmen zu müssen, mit diesem Tool arbeiten können. Wir stehen selbstverständlich zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben, wir unterstützen Sie auch weiterhin, aber oft ist es ja auch so, dass man sagt, das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, die will ich da jetzt ändern, muss man jetzt nicht irgendwie einen Consulting-Tag gebucht haben, spart einem ja ehrlich gesagt auch Geld und dann sind Sie wirklich auch in der Lage, das hier wirklich komplett individuell zu nutzen. In Anbetracht der Uhrzeit würde ich an der Stelle jetzt heute erst einmal gut sein lassen. Es war glaube ich auch schon eine ganz schöne Menge jetzt für eine Dreiviertelstunde, was ich Ihnen alles gezeigt habe. Ich kann Ihnen noch wesentlich mehr zeigen, also es gibt noch wesentlich mehr Dinge, die wir jetzt heute gar nicht angeschaut haben, aber ich denke immer, das ist dann irgendwann zu viel, da platzt einem dann der Kopf. Ich würde jetzt gerne nochmal Ihnen die Möglichkeit geben, vielleicht Fragen noch im Nachgang zu stellen und ich kenne das ja auch oft, jetzt fällt einem die Frage nicht ein, dann ist das Webinar zu Ende und dann denkt man, ach verdammt, das hätte ich den Herrn Schmidt oder den Herrn Ackermann jetzt gerne noch gefragt, schicken Sie uns eine E-Mail, beantworten wir gerne per E-Mail oder machen Sie nochmal einen individuellen Termin, dann präsentiere ich oder einer meiner Mitarbeiter, dann Ihnen gerne auch das System nochmal individuell auf Sie angepasst. Aber an der Stelle, Christian, würde ich jetzt erstmal nochmal an dich zurückgeben und fragen, ob denn Fragen reingekommen sind und ob ich vielleicht noch irgendwelche Dinge zeigen kann. Genau. Dann vielen Dank, Andreas, auf jeden Fall mal für die Präsentation. Ich habe soweit eigentlich fast alle Fragen beantwortet, die jetzt reingekommen sind während des Webinars, beziehungsweise habe die an dich weitergeleitet. Es gab nur nochmal eine, da hast du aber auch vorhin was dazu gesagt und zwar bezüglich der externen Portale. Welche können da genau angebunden werden und wie sieht dann so eine Anbindung aus? Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen was dazu erzählen? Also prinzipiell gibt es da keine Begrenzung an diesen Portalen. Wir können jedes Portal ansprechen. Das läuft auf unterschiedlichen Art und Weise. Manche haben da eine API oder eine Schnittstelle, wo man die Daten mit übertragen kann. In den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass Sie irgendwie einen Vertrag oder ein Einmalarmauftrag an Monster, Stepstone oder Co. geben. Dann werden irgendwelche Daten übermittelt. Das kann per PDF oder per Word-Dokument, TXD-Datei oder irgendetwas in der Art sein. Das wird immer individuell verhandelt. Und wir können alle diese Portale bedienen. Für uns ist immer nur wichtig, welche Form von Datensatz benötigen sie dazu. Das kann man dann dementsprechend anbinden. Wie gesagt, meine Erfahrung ist, es wird hier oft nach Schnittstellen gefragt. Bin ich jetzt ganz ehrlich? Ich rede immer über Schnittstellen, wenn ich meine Kunden berate. Und am Ende des Tages läuft es darauf hinaus, dass 90 Prozent mit einem Standardformular. Monster, Stepstone, Stellenausschreibungen, Bundesanzeiger, die Bundesagentur für Arbeit hat ein eigenes Portal. Am Ende des Tages liefern Sie da immer irgendwie ein Dokument hin. Dort wird ein Link eingefügt. Den Link generieren wir aus dem System. Wenn man auf diesen Link klickt, dann geht eine Webseite auf oder ein Formular auf und dann kann man sich darüber bewerben und das wird automatisch wieder an Ihr Portal zurückgeschickt. Wenn Sie sich das mal anschauen wollen, wie sowas aussieht, gehen Sie auf www.sage.de. Da finden Sie im unteren Bereich und rechts irgendwo ist das unsere Karriereseite. Ich glaube, ich kann das kurz aufmachen. Ich glaube, das wäre vielleicht noch ganz nett am Ende. Ich mache mal noch die Sage-Seite auf. Sage.de Sie sehen, dass ich streame. Mein Internet ist schön langsam. Ich muss alle Cookies akzeptieren. Ich bin ja Mitarbeiter. Und dann finden Sie hier unten den Bereich Karriere. Ich muss auf den Bereich Karriere klicken. Dann geht unsere Karriereseite auf. Ich möchte einen Job suchen. Das finden Sie hier unter Jobsuche. Wenn ich da drauf klicke, muss ich noch ein Land wählen. In meinem Fall nehme ich natürlich Deutschland. Und alles, was Sie jetzt hier sehen, schon dieser Teil, das stammt alles aus unserem Recruiting-System, das ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und ich interessiere mich jetzt für eine Stellenausschreibung in Frankfurt zum Beispiel. Schaue ich da mal hin. Gibt es ein Produkt-Marketing-Manager-Cloud. Das klingt doch mal ganz interessant. All diese Informationen, die Sie jetzt hier sehen, stammen aus unserem System. Und jetzt gibt es hier unten den Button, jetzt online bewerben. Und den können wir natürlich auf jedem Portal überall mit einbinden. Wenn ich da drauf klicke, in unserem Fall, wir benutzen das Bewerberformular. Geht ein Bewerberformular auf. Hier könnte natürlich auch eine E-Mail-Adresse stehen, an die man dann schreiben kann. Und dann läuft das auch automatisiert in Ihr System zurück. So, jetzt mache ich aber wirklich, was ich versprochen habe. Und zwar gehen nichts weiter, sonst wird es zu viel. Wir haben aber noch ein paar Fragen jetzt reinbekommen. Und zwar eine ganz grundlegende Frage. Wie lege ich eigentlich eine Stellenausschreibung an? Genau. Da bin ich heute non-chanor drüber hinweggegangen. Deswegen jetzt die Frage. Genau. Wir haben das sogenannte Client-Oberfläche. Sie sehen, ich bin hier jetzt im Bereich Personalmanagement. Hier gibt es den Bereich Personalbeschaffung. Und dort gibt es dann auch den Bereich Online-Ausschreibungen. Oder Online-Ausschreibungen. Da ist beides dann mit drunter. Und hier lege ich Stellenausschreibungen an. Das habe ich jetzt heute mit Absicht weggelassen. Warum habe ich das weggelassen? Weil das ist ein ganz eigener Bereich. Hier müssen jetzt wieder weitere Schritte gemacht werden. Das würde das Webinar dann doch extrem in die Länge ziehen. Aber hier werde ich von dem System an die Hand genommen. Ich hoffe, das kann man bei Ihnen erkennen. Hier werde ich Schritt für Schritt durchgeführt. Muss bestimmte Formulare ausfüllen. Und dann habe ich eine Stelle dann dementsprechend angelegt. Sie erinnern sich, was ich Ihnen gerade gezeigt habe auf unserer Webseite. Da waren Texte drin, eine Stellenbeschreibung. Wir suchen, wir bieten. Das System nimmt mich hier an die Hand. Führt mich hier Schritt für Schritt durch diese Geschichte hier mit durch. Ich fülle das alles aus. Das kann natürlich wieder mit Templates passieren. Um es jetzt noch ein bisschen komplexer zu machen. Wir haben natürlich auch ein Stellenmanagement in unserer Software. Das heißt, ich kann natürlich Stellen schon vorher anlegen. Also da habe ich vielleicht die Stelle Pre-Sales und die Stelle Marketing Manager schon in meinem Unternehmen angelegt. Dann kann ich solche Informationen direkt aus der Stellenbeschreibung, die ich gepflegt habe, auch schon mit rausziehen. Dann gibt es dann auch wieder unterschiedliche Wege, wie diese neuen Fragen oder diese neuen Bereiche dann dementsprechend ausgefüllt werden. Und so klicke ich mich Schritt für Schritt da durch. Ich sage, wann soll das veröffentlicht werden. Intern, extern. Sie sehen, hier sind auch die Stellenportale. Da sind jetzt schon mal ein paar mit hinterlegt. Stepstone und Stellenanzeigen. Die Ete sind aber nur Beispiele in meinem Demo-Unternehmen. Monster ist hier natürlich noch genannt. Da kann jede andere angelegt werden. Und dann gehe ich hier Schritt für Schritt weiter durch. Welche Stelle soll es denn sein? Wo soll sie ausgeschrieben werden? Und, und, und. Und dann habe ich relativ schnell und einfach, ich nenne es mal Assistenz gestützt, eine Stellenausschreibung angelegt. Wenn ich das alles durchgeklickt habe, dann ist das Ergebnis das hier. Okay, perfekt. Ich sehe schon, dass du auch direkt dann die zweite Frage beantwortet, nämlich ob aus dem System heraus diese Ausschreibungen auch geschaltet werden können. Aber die hast du ja gut beantwortet. Ja, genau. Dann passiert alles automatisch. Entschuldigung, Christian, ich wollte sagen, das passiert alles automatisch. Da gibt es eine Schnittstelle, das wird auf Ihre Webseite übertragen. Größe, Farbe, Schriftart und so was definiert Ihre Webseite. Die Inhalte werden da reingepostet mit dem Datum, das Sie genannt haben. Und dann ist die Stellenausschreibung ab dem von Ihnen gewünschten Datum live. Und wenn Sie die beenden, verschwindet die auch wieder von der Webseite. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage und zwar, wo liegt das Bewerberformular? Das Bewerberformular, einen Moment, das zeige ich nochmal. Das hier haben Sie wahrscheinlich gemeint. Ich hoffe, das ist jetzt das, was Sie meinen. Sie sehen, hier gibt es oben einen www.online-Bewerbungsserver. Das ist bei allen unseren Kunden immer gleich. Das ist ein Transfer-Server. Das Bewerbungsformular ist sozusagen in einem Cloud oder in einem Zwischenspeicherschritt. Dort geben Sie die Daten ein. Warum machen wir das so? Monster, StepStone und wie sie alle heißen, sind Headhunter, verdienen aber das meiste Geld mit Bewerberdaten. Und damit Ihre Bewerber nicht Ihre Daten an Monster geben und Monster dann einen neuen Datensatz hat, den Sie kostenpflichtig an Ihre Wettbewerber verkaufen können, machen wir das so. Das ist über diesen Zwischenschritt. Hier werden die Daten temporär eingegeben. Und sobald ich am Ende von diesem Fragebogen angekommen bin und sage, auf Jetzt bewerben klicke, werden diese Daten an Ihr System übertragen. Bei uns im Hosting, bei Ihnen in Ihrem eigenen Rechenzentrum, wo auch immer Sie die Software dann eben dementsprechend betreiben. Und Monster und StepStone wissen eben nur, es hat sich eine Person bei Ihnen beworben. Die Daten, die diese Person eingegeben hat, sind aber einzig und allein bei Ihnen. Das haben wir mit Absicht eben so gemacht, damit nur Sie diejenigen sind, die diese Daten haben. Das heißt, das Bewerberformular liegt prinzipiell auf Ihrem Server. Das heißt, da kommt kein anderer ran und die Daten sind einzig und allein bei Ihnen. Ich hoffe, ich habe die Frage damit beantwortet. Okay, falls nicht, melden Sie sich einfach bitte nochmal direkt bei uns. Dann habe ich jetzt keine weiteren Fragen. Dann vielen Dank dir, Andreas, für das tolle Webinar. Sollten Sie jetzt im Nachgang nochmal irgendwelche Fragen haben, Andreas, du hast es vorhin auch schon gesagt, Sie können dann einfach direkt auf einen von uns beiden zubekommen. Sie erhalten nachher auch nochmal oder im Laufe des Tages eine E-Mail von mir, wo dann auch der Foliensatz drin ist und die Webinaraufzeichnung. Da sehen Sie dann auch unsere E-Mail-Adressen, wo Sie sich dann einfach direkt melden können. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wünsche ich Ihnen noch eine schöne Restwoche. Bleiben Sie gesund. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich sage auch Tschüss. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss. Vielen Dank.